Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und heute soll es um die Frage gehen, ob du an einer Filmhochschule studieren sollst. Und die Frage, die kann ich dir nicht beantworten, aber ich denke, ich kann dir auf alle Fälle ein paar Tipps und Hinweise geben, was so ein Studium angeht. Und warum bin ich jetzt gerade derjenige, der dir das sagen kann, weil ich den ganzen Prozess schon durchlaufen habe. Ich habe mich an der Filmakademie Ludwigsburg beworben und habe also von der Entscheidung, an einer Filmakademie zu studieren, bis hin zum letzten Prüfungsgespräch alles mitgemacht. Von daher, bleibt dran, es wird spannend und wir sehen uns nach dem Intro. Um das Video etwas übersichtlicher zu gestalten, habe ich es in vier Teile gegliedert. Teil Nummer 1, die Voraussetzungen, was muss man mitbringen, um sich an so einer Filmhochschule bewerben zu können. Punkt 2, da wollen wir ein bisschen über den Ablauf sprechen, das heißt von den Voraussetzungen, sich eben auch bewusst für die Bewerbung zu entscheiden, bis zum letzten Prüfungsgespräch eben mal einen kompletten Überblick zu bekommen. Dann drittens, wollen wir noch kurz über die Prüfung sprechen und was da verlangt wird, beziehungsweise was erwartet das Prüfungskomitee von einem. Und als letztes will ich noch ein Fazit sehen, einfach mit meiner persönlichen Meinung, was ich davon halte, an einer Filmhochschule zu studieren. Und wenn ich jetzt über das ganze Thema spreche, dann spreche ich eben aus meiner Erfahrung, die ich mit der Filmakademie Baden-Württemberg oder Ludwigsburg gemacht habe. Das heißt, ich kann jetzt nicht für Babelsberg oder irgendwelche andere Filmhochschulen sprechen. Noch eine Sache vorweg, ich habe mich auf den Studiengang Kamera und Bildgestaltung beworben. Deshalb kann ich euch nicht so viel sagen, wie das bei Drehbuch und Regie abläuft. Dazu gibt es dann auch immer mehr Informationen auf der jeweiligen Homepage der Filmhochschule oder Akademie. Und da sind die Voraussetzungen nochmal ein bisschen anders. Von daher werde ich euch jetzt sagen, was es heißt, sich für Kamera und Bildgestaltung zu bewerben. Was ihr natürlich braucht, ist eine grundsätzliche Leidenschaft oder ein Interesse eben an der Bildgestaltung. Das heißt, ihr müsst gern hinter der Kamera stehen, ihr müsst gern eben mit der Kamera, mit diesem Werkzeug, das ihr zur Verfügung habt, coole Geschichten erzählen. Und das ist immer so eine Floskel, die so leicht herausgesagt wird. Ja, ich will eine Geschichte erzählen und das ist in der Kreativ- bzw. auch jetzt gerade in der Filmbranche eben so eine Floskel, die mal schnell rausrutscht. Aber was heißt es eigentlich, eine Geschichte zu erzählen? Also was die Kamera jetzt angeht, ist es eben so, dass man versucht, mit diesem Werkzeug, das man hat, also Kameramann oder Kamera, ist ja ein Werkzeug. Das heißt, im Grunde genommen ist die Kameraführung nichts anderes wie ein Handwerk. Deshalb spreche ich hier auch von Werkzeug und im Grunde genommen ist es nichts anderes eben, wie mit diesem Werkzeug eine Geschichte zu erzählen. Also wie ein Schreiner jetzt zum Beispiel ein Möbelstück bearbeitet mit seinem Hammer und das eben formt und dann ein fertiger Stuhl rauskommt zum Schluss. So möchte man eben mit der Kamera auch eine Geschichte formen und erzählen. Und das sollte man eben auch möglichst subtil machen. Das heißt, es ist auch immer wichtig, dass die Kamera nicht im Vordergrund steht. Das heißt, die Leute sollen nicht sehen, oh, der hat jetzt die und die Kamera benutzt und oh, da hat er das und das mit der Kamera gemacht. Sondern die Kamera soll eben die Geschichte unterstützen. So wie der Hammer jetzt, sage ich mal, oder der Meißel beim Möbelstück des Schreiners nicht sichtbar sein sollte, sondern es soll eine schöne glatte Oberfläche sein. So soll eben auch die Kamera nicht eine Geschichte irgendwie rau machen, sondern eben die schön glatt erzählen und unterstützen. Deshalb finde ich, ist es auch immer so, dass die Kamera eben so der rote Faden ist, der durch die Geschichte führt. Und bei mir war es eben so, dass ich dieses Interesse schon relativ früh entdeckt habe. Damals, als ich 14 war, habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht. Da können wir kurz mal reinschauen. So sah das damals aus. Und da war man natürlich noch jung, haben viel unsere Vorbilder gehabt. Thriller, Actionfilme, es musste immer um sowas gehen. Und das habe ich aber damals schon sehr gern gemacht. Einfach so Bildausschnitte festlegen, zu entscheiden, wer vor der Kamera steht und von wo und wie man eben filmt. Am Schluss dann später auch am Computer sitzen und auch das wieder zusammenzuschneiden und sehen, was man eben gefilmt hat. Fand ich sehr, sehr spannend. Und das würde ich sagen, ist so die grundsätzliche Voraussetzung. Ihr müsst jetzt nicht mit 14 anfangen. Also ich kenne auch Leute, die haben erst mit 18 oder 20 entdeckt, dass sie gern hinter der Kamera stehen. Das heißt, das Alter ist eigentlich nicht so entscheidend. Aber umso früher ihr natürlich anfangt, umso mehr Erfahrungen könnt ihr sammeln. Und eben auch euch mehr in diese Richtung, in der Richtung weiterentwickeln und dazulernen. Ein weiterer Teil der Grundvoraussetzung ist, dass man eben schon gewissermaßen Lebenserfahrung mitbringt und eine Persönlichkeit hat. Und das heißt, jemand, der jetzt frisch vom Abitur kommt, so jemand wird wahrscheinlich in Ludwigsburg abgelehnt. Und ich meine, ich bin mit meinen 21 noch relativ jung, aber ich kann sagen, dass ich in meinem Leben schon einschneidende Erfahrungen gesammelt habe, die mich geprägt haben im negativen Sinne, aber auch im positiven Sinne. Ich war nach dem Abitur auch noch im Ausland, habe da Erfahrungen gesammelt und habe mich dann nach meinem Jahr, wo ich eben in verschiedenen Medienanstalten verbracht habe, dann erst in Ludwigsburg beworben. Das heißt, von dem Zeitpunkt, als ich 18 war, bis ich jetzt eben 21 bin, sind drei Jahre vergangen, die voller Erfahrungen gesteckt haben, die mich geprägt haben als Mensch, aber auch weitergebracht haben im Filmemachen. Und das ist eben so ein wichtiger Punkt, dass man eine Persönlichkeit mitbringt, eine gewisse Reife und ich sag mal, weiß, was da draußen in der Welt abgeht. Wenn jetzt das Video von Älteren angeschaut wird, die denken sich, was redet der 21-Jährige hier? Aber das ist mein Standpunkt, so weit bin ich gekommen mit meinen kurzen 21 Jahren, sag ich mal, mit dem kurzen Leben. Deshalb, ich spreche hier aus meiner Position und für alle Älteren umso besser. Ihr habt noch mehr Lebenserfahrung. Ihr könnt noch mehr wahrscheinlich umsetzen, auch was Geschichten erzählen angeht und Filme machen. So, jetzt wisst ihr, was die Grundvoraussetzung ist, um an einer Filmhochschule studieren zu können. Das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich gemacht habe und das können auch viele andere bestätigen. Das heißt, wenn ihr Leute aus Ludwigsburg kennt oder Leute, die auch das studieren, fragt die ruhig mal. Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr auch gerne mich rückfragen. Ich biete auch Skype-Sessions an, also wenn ihr mal kostenlos 45 Minuten einfach ein bisschen quatschen wollt, mehr erfahren, dürft ihr mich auch gerne anschreiben. Alle Infos dazu in der Kanal-Info. Jetzt geht es natürlich weiter. Die Grundvoraussetzung ist jetzt, sag ich mal, abgehakt. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Die Filmhochschule Ludwigsburg verlangt zum Beispiel ein Jahr Erfahrung in der Medienbranche. Das hat jetzt ganz verschiedene Formen, wie das aussehen kann. Bei mir war es so, dass ich zwölf Monate Praktika gemacht habe. Unbezahlt teilweise, teilweise bezahlt. Es war eine super tolle Zeit. Ich war unter anderem in Köln beim WDR Fernsehen, habe da Ralf von der Sendung mit der Maus kennengelernt und viele coole andere Leute. Dann ging es weiter. Ich war in München beim BR Fernsehen. Da habe ich auch tolle Sachen erlebt. München, auch sowieso eine tolle Stadt. Und dann war ich noch bei den ERF-Medien in Wetzlar. Und da hatte ich auch eine sehr gute Zeit. Und wenn man sich gut als Praktikant anstellt, das heißt, das lege ich euch auch wirklich ans Herzen, dann könnt ihr auch, sag ich mal, verantwortungsvolle Positionen bekommen. Das heißt, bei mir war es so, ich habe mich gut angestellt. Und da konnte ich dann zum Schluss wirklich beim WDR hinter der Kamera auch mal stehen und eine Sendung filmen. Ich meine, es war nur Sport im Westen. Es ist, sag ich mal, eine kurze Abendsendung. Aber trotzdem ist es ein tolles Gefühl, wenn einem eine Kamera anvertraut wird und gesagt wird, hey, hier, du hast jetzt die Macht, sag ich mal, und auch die Last oder das Gewicht auf deinen Schultern, jetzt was abzuliefern. Und jetzt ist es natürlich so, ein Praktikantendasein ist jetzt nicht unbedingt, dass man hier mit Lorbeeren überschüttet wird. Nein, Praktikant zu sein, heißt auch mal, den Besen in die Hand zu nehmen und den Boten zusammenfegen oder auch mal Scheißarbeiten zu machen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist genau der Punkt. Viele von uns, da schließe ich mich mit ein, das ist unsere Generation, also Generation Y, Millennials, alle diese Generationen, die ich jetzt anspreche, wir müssen lernen, was es heißt, hart zu arbeiten. Also wenn ich jetzt meine Eltern sehe oder meine Großeltern, die haben hart gearbeitet. Die standen jeden Tag auf dem Feld oder haben was anderes gemacht. Also die haben sich körperlich kaputt gearbeitet und das heißt jetzt nicht, dass ihr das machen müsst, aber was wir lernen müssen und das habe auch ich gelernt, ganz nach dem Motto, Also gebe mehr als nachdem du fragst, macht es auch im Praktikum, macht es mit Herzblut und wenn es den Studioboten zusammenfegen ist oder dem Kameramann eben einen Kaffee zu bringen, zeigt euch einfach dankbar, dass ihr da seid und bietet eure Hilfe an, wo es geht. Das heißt, steht nicht mit den Händen in der Hosentasche irgendwo daneben und schaut rum, druckst rum irgendwie und versucht euch im Hintergrund zu halten. Nein, wenn jemand Hilfe braucht, dann seid ihr der Erste, der da steht und dieser Person hilft. Und wenn irgendjemand was braucht und sei es ein Kaffee, dann seid ihr der Erste, der am Kaffeeautomaten steht und den Kaffee rauslässt. Und ja, mir hat es auch Überwindung gekostet, es gab Tage, an denen habe ich das überhaupt nicht durchgezogen, da war ich richtig scheiße drauf, aber mein Grundsatz, der hat gestimmt und deshalb bin ich den Leuten auch im Gedächtnis geblieben. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Im Praktikum geht es nicht mal groß darum, irgendwie was zu lernen, es geht darum, dass ihr die Connections knüpft. Und das heißt, ihr habt Kontakte, die euch später weiterhelfen können, in der Branche, im Filmbusiness eben weiterzukommen und auch Projekte und Aufträge zu bekommen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel den stellvertretenden Intendanten vom WDR kennengelernt, das war jetzt bei mir der Fall, dann habt ihr die Möglichkeit später mal anzurufen und zu sagen, hey, ich habe damals bei ihm ein Praktikum gemacht, wie sieht es aus, haben sie gerade einen Job für mich oder so. Also ganz kurz zusammengefasst, aber das ist das Wichtigste. Denkt immer dran, ihr macht das Praktikum nicht unbedingt, um was zu lernen, sondern ihr macht es, um Kontakte zu knüpfen. Und es geht ganz einfach, wenn diese Situation eben kommt und ihr den Kaffee zum Beispiel für den Kameramann bringt, dann seid eben dankbar, dass ihr das machen dürft, auch wenn es vielleicht keine so schöne Aufgabe ist. Und wenn ihr den dann bringt, dem Kameramann, versucht ein bisschen Smalltalk zu machen, so, fragt ihn einfach ein bisschen was oder ihr seht irgendwas an ihm, das euch gefällt, das ihr, sage ich mal, entkommen habt, also wo ihr den gleichen Geschmack habt, zum Beispiel hat ein VfB Stuttgart T-Shirt an, du bist auch Stuttgart Fan, dann frag ihn einfach mal ein bisschen was über Stuttgart, seid einfach menschlich, zeigt, dass ihr ein Mensch seid, so wie jeder andere und dass er eben ganz nach dem Motto Give more than you ask for handelt. So, das war jetzt ziemlich viel Input, aber das ist eben die eine Variante und ich erzähle da auch gern mit Leidenschaft drüber, weil ich es einfach saugern gemacht habe und auch eben gern euch weiterhelfen will. Und die Variante mit dem Praktikum, das war jetzt meine, ich kenne auch andere, die haben einen Kameramann begleitet und das wurde auch akzeptiert als eben diese 12 Monate Praktikum, das heißt, die haben für 12 Monate ein Praktikum, das sage ich mal in Anführungszeichen gemacht beim Kameramann, waren mit dem unterwegs, manche haben auch eine eigene Produktionsfirma schon gehabt, das hört sich so groß an, das heißt einfach, dass sie selbstständig waren und eben schon gewisse Aufträge und Projekte gemacht haben und das wurde teilweise auch angerechnet und hat gegolten, das heißt, falls ihr euch unsicher seid, das habe ich auch gemacht, ruft dort einfach an in Ludwigsburg, die im Studiensekretariat, die sind super nett, fragt da einfach nach und dann können die euch sagen, ob ihr eben mit dem, was ihr vorhabt, an Praktika, an der Medienerfahrung eben aufgenommen wird, werdet oder akzeptiert werdet. Das Zweite, was jetzt kommt, ihr müsst einen Film einreichen. Dieser Film hat die einzige Bedingung, er darf nicht länger sein als 10 Minuten. Das Ganze müsst ihr auf DVD einreichen, das ist der aktuelle Stand 2017, ich weiß nicht, ob es sich bald ändert, aber das ist ein bisschen so ein veraltetes Medium, das hat mich auch ein bisschen gestört, ich saß glaube ich drei oder vier Stunden am Computer, bis ich es mal wieder so hinbekommen habe, eine DVD zu brennen, aber bei diesem Film geht es darum, eben zu zeigen, was ihr könnt. Und bei mir war es so, ich habe mir extra Zeit genommen, den Film zu drehen, das heißt, zwischen Weihnachten und Neujahr sind ja immer so ein paar Feiertage und eben auch ein paar Werktage, die aber, sage ich mal, von den meisten als Urlaub genommen werden. Das heißt, ich habe dort meine Leute gefunden und mit denen dann zusammen den Film gedreht. Und bei so einem Filmdreh ist es so, wie ich schon vorhin erwähnt habe, kommt es ganz auf die Geschichte an. Das heißt, die in Ludwigsburg, die wollen jetzt da nicht unbedingt einen Carpon sehen oder irgendwie was anderes. Mit sowas, da werdet ihr wahrscheinlich gleich an der Tür abgewiesen, da braucht ihr gar nicht reingehen. Ich meine, wenn es ein cooler Carpon ist, dann schafft es vielleicht, aber lasst es lieber. Das heißt, in Ludwigsburg geht es nicht darum, irgendwie coole Carpons zu machen oder einen Groß auf Hollywood zu machen, sondern die wollen so einen Rohdiamanten von Mensch haben, den sie noch formen können. Und das heißt, mit Form, in dem Sinn, nicht irgendwie da vom Carpon kann man jemanden jetzt nicht so gut dazu bringen, Geschichte zu erzählen, Licht zu setzen. Das sind ja alles Gestaltungsmittel, die man eben bei Kamera- und Bildgestaltung auch lernt. Das heißt eben, mit Licht, mit verschiedenen Objektiven, mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, eben die Geschichte zu unterstützen. Das heißt, nehme ich eine lange Brennweite, nehme ich eine kurze Brennweite, mache ich das Licht low-key, mache ich es high-key, mache ich es dunkel, mache ich es hell, mache ich es draußen, mache ich es drinnen, mache ich es nah, mache ich es weit weg. Wie verformt sich das Gesicht bei 70mm, 55mm, 25mm? Mache ich eine Vollformat-Kamera, Micro for Third Sensor? Und die ganzen Sachen, die es so gibt. Also, es ist ein ganz, ganz großer Themenbereich. Und das ist alles so, sag ich mal, die ganzen technischen Mittel, die man eben hat, sollen der Geschichte dienen. Das heißt, ihr sollt nicht irgendwie geil sein auf irgendwelche Objektive. Und es geht auch nicht darum, eine Kamera zu haben, boah, geil, ich habe die neue Sony Alpha 7S Mark X was. Sondern es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe den ganzen Film, den ich eben für Ludwigsburg gedreht habe, auf einer Canon 5D Mark III gedreht. Und die hat nicht mal mir gehört, die habe ich vom Freund aus geliehen. Und selber habe ich nur eine 600D. Und das sind Kameras, die funktionieren, die können auch was. Sind nicht so gut vielleicht wie eine 4K, 8K oder sonst noch was Kamera. Aber solange 4K noch nicht benötigt wird und ich auch das Geld noch nicht investieren kann, filme ich weiter mit meiner 600D. Das heißt, keep it simple. Punkt Nummer 1, wenn ihr den Film dreht. Haltet es einfach, was Equipment angeht. Und ihr müsst nicht die große fancy Kamera haben. Ihr müsst auch kein Hollywood Kino machen. Das wollen die da gar nicht sehen. Sondern ihr sollt zeigen, dass ihr mit einer Kamera, mit einer Bildführung, mit einer Bildgestaltung, mit all den Punkten, die ich vorhin erwähnt habe, eben eine Geschichte erzählen könnt. Und da ist es eben wichtig, dass ihr auch was rüberbringt. Es kann ein abstraktes Thema sein, ein emotionales Thema. Es kann eine Dokumentation sein. Ihr könnt auch ein Showreel einreichen. Habe ich auch von Leuten gehört. Das heißt, die haben aus den Filmen, die sie schon gemacht haben, mehrere Sachen zusammengeschnitten und das eben eingereicht. Da war ich mir ein bisschen unsicher, weil ich dann doch gerne einen in sich funktionierenden Film haben wollte, der die Leute eben überzeugt. Und ich kann schon mal sagen, das hat auch funktioniert an der Stelle. Und jetzt ist es natürlich so, dass ihr den Film dann dreht. Bei mir waren das drei Drehtage. Und wen hatte ich als Schauspieler? Ich hatte Freunde als Schauspieler. Das waren alle Leute, die mein Regisseur, das ist ein Freund von mir, und ich gekannt haben. Also es hat angefangen bei mir im letzten Jahr, Oktober mit der Planung, 2016, Oktober 2016 hat es angefangen. Dann war es so, dass eben dann zwischen Weihnachten und Neujahr der Film gedreht wurde, geschnitten und im Februar ist die Abgabe. Und es ist eben so, natürlich muss man viel früher schon die Entscheidung zu treffen, sich für so eine Filmhochschule zu bewerben. Und da muss man es auch durchziehen, weil es ist ein langer Prozess. Ich habe das schon 2014 nach dem Abitur getroffen. Da habe ich noch viel hin und her überlegt, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Aber ich habe dann gesagt, ja, ich mache das, weil ich will später im Leben nichts bereuen. Und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, den Bewerbungsfilm zu drehen. Und das heißt, davor war viel Planung. Wir haben uns eine Geschichte überlegt. Und mein Regisseur und ich haben oft geskypt, uns getroffen und viel geredet, geplant etc. Dann habe ich die ganzen Dispositionen geschrieben. Ich habe Freunde eingeladen. Ich habe bei meinen Sendern, wo ich eben die guten Kontakte, ihr merkt, hier ist es wieder wichtig, geknüpft habe, habe ich eben Equipment angefragt und durfte ein paar Scheinwerfer ausleihen. Und das hat mich eben weitergebracht. Und dann ging es eben ans Filmdrehen. Ich war natürlich mega aufgeregt. Ihr seht jetzt hier auch ein paar Bilder von mir, wie wir eben filmen. Also der fertige Film, den werde ich noch nicht veröffentlichen. Da gibt es noch eine interne Premiere. Aber da ging es dann eben darum, eine Geschichte zu erzählen. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Es sprengt den Rahmen. Der Kamera die Möglichkeit bietet, eben eine Geschichte zu erzählen und das gut zu machen. Und wir haben dann auch bei Bekannten angefragt. Also ich habe meine drei Locations, an denen ich gefilmt habe, habe ich alle von Bekannten. Das heißt, ich habe jeden gekannt. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Man darf sich da jetzt nicht auf andere verlassen, sondern muss selber aktiv werden. Das heißt, wenn was nicht funktioniert, dann seid ihr der, der, sage ich mal, dafür verantwortlich ist. Es ist euer Film und deshalb müsst ihr auch die meiste Arbeit da reinstecken. Da werden wir auch wieder beim hart arbeiten. Wir hatten Drehtage, da haben wir zwölf Stunden gedreht. Und das ist auch später mal die Realität im Filmbusiness. Zwölf Stunden jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das sind zehn, elf Stunden, die ihr da oftmals am Set steht. Und da ist es einfach so, dass ihr eben hart arbeiten müsst und auch viel selber machen. Es ist ein kleines Budget, das ihr meistens auch habt. Also ich habe maximal 1000 Euro ausgegeben für meinen Film und mehr wollte ich auch nicht ausgeben. Und deshalb schaut, dass ihr es klein haltet, werdet kreativ, schaltet den Kopf hier oben an und macht einen Film, der die Leute dort in Ludwigsburg überzeugt, dass ihr hinter der Kamera stehen dürft oder sollt und ihr eben diese subtile Kameraführung drauf habt, die eben diese Geschichte so unterstützt und gut erzählt. Werdet da auf alle Fälle kreativ. Als der Film dann fertig gedreht war, zwischen Weihnachten und Neujahr, ging es dann eben noch an den Schnitt. Das haben wir im Januar gemacht. Am 15. Februar ist meistens Abgabeschluss. Schaut da aber nochmal auf die Homepage. Und da war ich dann viel in Berlin bei meinem Freund Johannes, wo wir den Film eben geschnitten haben. Ich habe auch viel zu Hause geschnitten. Wir haben auch noch ein bisschen Filmmusik machen lassen. Also es ist gut, wenn ihr da jemanden kennt, der das kann. Einfach, dass der Film immer noch ein bisschen Emotionen bekommt. Das heißt, ich sage immer gern das Bild, erzähle die Geschichte, die Musik macht die Emotionen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass das auch vorhanden ist. Also ein guter Ausgleich zwischen Emotionen und Geschichte. Und dann ist es so, dass ihr das Ganze eben abschließen könnt. Also mein Film, der ist jetzt 9 Minuten lang gegangen. Ich habe noch eine Trailer-Version zusammen, äh, eine Trailer-Version zusammengeschnitten. Da habe ich mich aber entschieden, dass ich die nicht einsenden will, sondern eben, dass ich die lange Version von 9 Minuten nehme. Da habe ich das Maximum von 10 Minuten ziemlich gut ausgereizt. Das heißt, euer Film, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf den Inhalt. Aber mit 9 Minuten bin ich jetzt hingekommen. Dann geht es weiter. Ihr braucht ein Motivationsschreiben. Das ist jetzt der dritte von vier Sachen, die ihr für die Bewerbung braucht. Also neben der Erfahrung, dem Film, kommt jetzt als drittes das Motivationsschreiben. Und da muss einfach drinstehen, wie der Name schon sagt, was ist die Motivation, warum ihr Kamera studieren wollt. Und jetzt ist es natürlich so, das hört sich so einfach an, aber Motivationsschreiben, eine DIN-A4-Seite, schreibe ich kurz. Nein, sage ich euch. Das ist ein Entstehungsprozess zum Motivationsschreiben. Und da kann man nicht einfach mal so ein bisschen was runterschreiben und dann hat sich das erledigt. Nein, ihr müsst da wirklich euch hinsetzen, euch das wirklich durch den Kopf gehen lassen und auch da nochmal drüber nachdenken, warum ihr das machen wollt. Die Warum-Fragen, die sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, warum wollt ihr Kamera studieren? Warum wollt ihr das genau in Ludwigsburg machen? Warum nicht woanders? Warum Kamera und nicht Regie zum Beispiel? Das sind alles so Fragen, das solltet ihr euch in vornherein überlegen und eben auch in dem Motivationsschreiben zur Geltung bringen. Bringt da auch Beispiele rein, also philosophiert da nicht irgendwie großartig rum, sondern schreibt da Beispiele, was ihr schon in eurem Leben erlebt habt und praktisch hinter der Kamera auch umgesetzt habt. Der vierte und letzte Punkt, die meisten haben den. Es ist so, ihr braucht ein Abitur- oder Fachhochschulreife. Wenn ihr besonders geeignet seid, habt ihr auch die Möglichkeiten, mit einem Realschulabschluss das Ganze zu machen. Da müsst ihr dann aber eine Eignung durchlaufen und müsst eben besonderes Talent aufweisen. Also ich habe ja Abitur gemacht, daher war das für mich kein Problem in dem Fall. Das liegt man dann einfach bei sein Abiturzeugnis und dann hat man das auch. So, jetzt nimmt ihr euren Film, der auf der DVD drauf ist, steckt den in den Umschlag, euer Motivationsschreiben dazu, euren Lebenslauf dazu und dann noch eure Fachhochschulreife, das Zeugnis von eurem Abitur etc. und dann noch die Bestätigungen, die ihr eben gesammelt habt, während ihr die Praktika gemacht habt. Das verklebt ihr schön, schreibt Ludwigsburg drauf, schaut, dass ihr das rechtzeitig absendet, vor dem 15. Februar, dass es auch ankommt. Der Poststempel zählt und dann schickt ihr eben das Ganze ab. Und an dieser Stelle sage ich schon mal, viel Erfolg, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr etwas in eurem Leben erreicht, das viele erst gar nicht angehen, weil es eben viel Arbeit ist und weil es auch einen viel Nerven kostet. Und wie es weitergeht und was die nächsten Schritte angeht, das erfahrt ihr jetzt in Teil 2. So, das war es mit dem Video. Zum zweiten Teil geht es hier drüben links, dann gibt es hier unten noch ein weiteres spannendes Video. Da könnt ihr euch dann gleich mal informieren, was es heißt, etwas mit Licht zu gestalten. Das sind so die Basics. Dürft uns auch gerne oder mich kostenlos hier unten abonnieren und schreibt doch Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Das ist immer cool, mit euch zu kommunizieren. Und die Skype-Session gibt es nach wie vor. Einfach mal in die Kanal-Info schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut noch auf Instagram vorbei, at smartfilmbeast und ich sage ciao.